Vama Pidasana ist die linke gedrückte Stellung, eine Variation des Kiebitzes. Von der Stehhaltung gibt die Füße auseinander, die Fingerspitzen hinter die Fersen, Ellbogen etwas gebeugt. Dann halte den linken Fuß unten und winde den rechten Fuß um den linken herum und hebe beide Füße hoch. Das ist Vama Pidasana, eine Variation des Kiebitzes, welche die Stellung, die Armstärke stärkt und auch das Gleichgewicht.